äh, warte ist was schädiges? schon drin? äh ja keine ahnung, wir haben alle Smokesko und die gehen bloß über den Planten alles geht jetzt richtig drauf spray einfach nur rein schön nochmal ein Smartfall nice von wo werfen die die Dings hier rein? drum schluss die vielleicht aber die war ja links neben mir deswegen von wo? alles klar, Bug unten beim Bart äh nicht Bart, hier da beim Job oh mein, ich muss los ich hab ihn noch nicht mal gesehen von wo kam jetzt die Schüsse oh ich hab ihn noch nicht mal gesehen oh oh ich hab ihn noch nicht mal gesehen, lol oh 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 du kannst mich von da gut decken, ja? ich weiß es nicht Weil wenn hier eine Frostfalle ist, bin ich hier tot? Ich blende. Ich halte schon den Winkel da hinten. Wer halte ich nicht? Der ist da links. Ist hinter uns. Na? Kommt der rum. Bei mir, bei mir. Ok, dann ist er rumgefahren. Der war nämlich daneben. Am Anfang war's. Bei mir. Bleib hängen. Keiner. Jeff. Einfach so mal. Gesprayed. Sehr gut. Der letzte war dann Headshot. Mein C4 blieb da hängen. Einer ist drin und in der Falle. Auf mein Mat. Ash ist in bathroom. Knocked down in Frost Trap. Schuhe den Digg. Nein. Schuhe den Digg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der war, der war bei den Krisinen hier. Ja. Ich wollte die Tür zumachen. Ich hab noch 10 Leben. Wo ist der Dopp? Da. Mit der Uhr kannst du sprechen, ne? Ja, genau. Leicht. Wird mir zwei Spritzen gegeben. Nein, nicht da. Scheiße. Da. Ja. Wird hier war ein der Kris? Ja. Hehehe. Krust du Idiot auf dem Böden. Kannst du mal da decken? Ja, genau. Was ist denn da? Da war ein Jumbo. Oh, die Tür zugegen. Wurde. Nein, ja, die Tür von der Tür und der Tür in den kleinen Raum. Ich hab ihn mit ihm nicht vorgelegt. Ich hab ihn mit ihm. Oder wir hab ihn mit ihm nicht zugelegt. Ich hab ihn mit ihm. Bei ihm. Nein, nein! Du sollst ja, auf der anderen Seite rausbringen. So. Was zieht ihm mit ihm? Ja, dass er probiert hat. Von mir, zu mir, zu mir. Auf mir! Es ist auch noch da. Fuse ist direkt an der Tür, Fuse direkt bei der Tür, bei dem kleinen Raum, und der letzte ist bei Christian. Nein! Das war sogar Fuse, wir wissen ja schon da unten bekommen. Wo ist der jetzt hin? Rechts, rein in den Raum. Rechts, bei B. Ja, ich glaube bei B ist er rein. Also links oder rechts? Rechts, bei B, aber... Es gibt ja Rotation, deswegen hätte er überall sein können. Ja, ich hab Fuse auf den Tief geämmt. Aber gut gemacht. Aber hey! Drei kills bei dieser Runde, was geht ab Elite? Ich hab einen. Na Darum, wo ist denn Spawnpeak? Wuhuu! Was hab ich? Was war die Frage? Ob du noch Kontakt hast? Also habt ihr jetzt geläftet am Falkenlag? So was hab ich noch Kontakt? Ja, Gegner. Keine Ahnung. So, gerade nicht. Nein. Ich könnte rausspringen, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ist da noch was, Christian? Äh, also... Weiß ich nicht. Führe ich gerade nicht. Äh, alle Gegner, die ich getötet hab, haben jetzt gerade geläftet. Ja. Tja. Tja. Der ist ja auch. Ich kam halt nicht über die Mauer, das ist traurig. Bitte nicht zugucken. Ich guck jetzt mir das genau an. Schräg springen ist nicht. Ja, ich wusste. Ja, ich wusste. Ja, moin. Ich sehe da so ein komisches Loch da. Da ist wieder so ein komisches Loch in der Garage. Das ist was du. Ja, das ist was du. In der Garage ist ein Loch. Ja, aber ich schieße die ganze Zeit dagegen, da ist nicht. Also 70% safe, dass da nix ist. Aber nur 70%. Wie sieht's aus, Miki? Alibi-Hologramme. Jim ist komplett geöffnet worden. Ich hab welche getrackt? Ich sehe so gerade nix. Treppe? Ja. Treppe. Ja. Treppe. Da bin ich noch beschossen, so Blitz. Das war der auf der Treppe. Den hab ich jetzt gerade getötet. Ich weiß nicht wo noch einer ist. Keine Ahnung. Jetzt fahr'n Jim. Patrick, warte. Arnie, wie auf der Treppe? Rennst du? Rennst nach unten weg. Kann man hier einfach reingehen? Wo? Oder geht das los? Hältst du die Treppe? Fuck, war erst so von unten. War erst so von oben? Ne, Alibi, Alibi. Von wo jetzt Alibi? Treppe. Wo komm ich denn nicht hin? Ja, Miki, da Treppe. Das Warte sie. Vertrackt. Der ist da durchgeführt. Ja, was ist da los, Miki? Ach, Mann. Reim da rein, 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 rein. Ja, Mann. Ja, Mann. Ist das mal offen? Mhm. Nein. Ey, doch vielleicht. Aber ne, warte, ne. Ich will erst mal abäffen. Was denn jetzt? Kann ich noch nicht dazu? Zünde, zünde, zünde. Hä? Zünde. Warte, ich hab die L-A-Wand. Ich hab richtiges Wagen. Ähm. Wie heißt der Raum denn noch mal? Telefon. Ähm. Warte mal. Ja. Zweiter Glück. Wenn du in den Raum nebenan rennst, hängt ne Kapkan-Falle noch an der Tür an. Ich dachte mir schon. Und von da kommt auch, glaub ich, was. Oder hat Miki auch aufgeschossen. Unten. Der Arthur ist unten. Und. Geht auf plant. Ja. Wo genau unten? Äh, hier bei Garage in dem Bereich. Ja, mich verwirrt, dass es Zander da ist. Und dann denk ich immer, es ist Patrick. Und dann sag ich Patrick. Und dann ist es, ist er immer noch ein Weg. Weil es nicht Patrick ist. Alter. Michi, hör bitte auf deine Accounts zu teilen. Das, das, das geht nicht. Oh Mensch. Das erlauben wir dir nicht. Oh, Crash. Das war Karriere. Das war Karriere. Das war Karriere. Ja, das war Karriere. Ah, dieses mal keinen Gegner gesehen, ne? Ja. Habe ich einen Flock-Tamer gemacht. Ist es ne Stohle? Ja. Die gibt es im Top-Bild. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte davor unterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. so wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt die Achterwanne geht so ab die Stänze mit der Gänse mein Gott